Die Three Sisters sind eine Felsformation in den Blue Mountains von New South Wales. Es ranken verschiedene Mythen um die drei versteinerten Schwestern. Aus Respekt vor den Aboriginal Traditionen wurde in den ersten Jahren nach 2000 Klettern und Gleitschirmfliegen im Bereich der Three Sisters verboten. Sydney ist die grösste Stadt in Australien. 1788 gegründet ist sie heute das Industrie-, Handels- und Finanzzentrum Australiens und ein wichtiger Tourismusort. Hyde Park als ältester Park in Australien besitzt nun auch ein Kriegsdenkmal und die Statue von Captain Cook, welcher 1770 die Ostküste von Australien entdeckt hatte. Die St. Mary's Cathedral ist die römisch-katholische Kathedrale und Sitz des Erzbischofs des Erzbistums Sydney. Sie zählt zu den grössten Kirchen in Australien, ist jedoch nur die vierthöchste des Kontinents. Der Grundstein wurde 1821 gelegt, sie brannte jedoch 1865 ab. Der Grundstein für die heutige Kathedrale wurde im Jahr 1868 gelegt. Zwei im Originalplan vorgesehene Türme wurden erst im Jahr 2000 vervollständigt. Die Land- und Property Information ist verantwortlich für Landimmobilienvermessung und Quartierung in New South Wales. Die Sydney Mint von 1811 ist das älteste Gebäude in der Innenstadt. 1926 wurde die Münzprägeanstalt geschlossen, weil die Prägeanstalt in Melbourne und Perth effektiver arbeitete. Im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Sydney, zwischen der Pitt Street Mall und der George Street, befindet sich die Strand Arcade. Die Arcade war eines der ersten viktorianischen Gebäude in Sydney. Sie hat zwei Depressionen, zwei Weltkriege und zwei Brände überstanden. Sie wurde als die beste öffentliche Durchgangsstrasse in den australischen Kolonien beschrieben. Die General Post von 1866 ist eines der grössten Sandsteingebäude in Sydney. Das Queen Victoria Building ist heute Sitz einer Vielfalt von Geschäften und Marktbuttiken. Die Town Hall wurde in den 1880er Jahren auf einem alten Friedhof gebaut. Die Town Hall wurde in den 1880er Jahren auf einem alten Friedhof gebaut. 1788 trafen fünf britische Schiffe mit rund 1000 Männern und Frauen, circa drei Viertel von Sträflingen, in Port Jackson ein. Sie gründeten am Hafen die erste weisse Siedlung Australiens. Am Hafen befinden sich die Wahrzeichen der Stadt, die Sydney Harbour Bridge und das Sydney Opera House. 1959 begannen die Arbeiten der Opera. Infolge der komplexen Baustruktur verzögerte sich der Bau bis 1973. Statt 3,5 Millionen kostete die Opera nun 50 Millionen Pfund. Sein unverwechselbares Dach ragt 67 Meter hoch auf und ist mit 1.100.000 glasierten weissen Keramikfliesen verkleidet, die aus Schweden importiert wurden. 580 Pfähle, die 25 Meter tief im Boden verankert wurden, tragen das etwa 160.000 Tonne schwere Bauwerk. Garden Island wurde während des Zweiten Weltkrieges durch grosse Landrekultivierungsarbeiten mit dem Festland verbunden. Die nördliche Spitze der Garden Island ist für die Öffentlichkeit zugänglich und enthält das Royal Australian Navy Heritage Center Museum. Die Gardeninsel ist so benannt, weil sie ab 1788 als Küchengarten von Offizieren und Besatzung des ersten Flottenschiffes gedient hatte. Über das Gebiet der Rocks, welches sich gegen eine neue Überbauung gewährt hatte und so seinen ursprünglichen Charakter behielt, gelangt man auf die Harbor Bridge. Nach acht Jahren Bauzeit wurde im März 1932 Sydney Harbor Bridge offiziell eröffnet. Sie stellt die Hauptverbindung zwischen Nord- und Südküste über den Hafen von Sydney dar und wird vom einheimischen Schlicht Kleiderbügel genannt. Der Anstrich der Brücke zum Schutz gegen Korrosion dauert ca. 10 Jahre, wobei 30.000 Liter Farbe verbraucht werden. Wer Suminiers sucht, ist bei Paddy's Market richtig. Außerdem wird auf dem riesigen Markt frisches Obst, Gemüse, Pflanzen, Kleidung und viel mehr verkauft. Der chinesische Garten in Sydney wird auch Garten der Freundschaft genannt. Geschenkt wurde er Sydney von der chinesischen Partnerstadt Guangzhou. Gestaltet wurde er wie ein typischer befahrten Garten der Ming-Dynastie. Er folgte den Prinzipien von Ying und Yang und den fünf Elementen Erde, Feuer, Wasser, Metall und Holz. Musik 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 Kofs Harbour ist eine Küstenstadt und wird dominiert von Resorts und Apartomakomplexen, umgeben von Bergen, Bananenplantagen und Farmen. Muto Bird Island ist die Heimat der gleichnamigen Vögel, welche jeden August in das gleiche Nest zurückkehren. Die Neste sind in den Erdhöhlen, welche die ganze Insel durchlöchern. Musik Die grösste Banane ist in einem Vergnügungspark und die richtigen findet man im Hinterland. Musik Musik Bulgulga war ein frühes Zentrum der SIG-Migration und hat die grösste regionale SIG-Punchabi-Population in Australien. Musik Die SIGs arbeiteten hauptsächlich auf den Bananenplantagen, bis sie nach dem Krieg selber Pacht und Bananenplantagen erwerben konnten. Musik An der Gold Coast ist es entweder friedlich ruhig oder kreischend laut, wo sich in Burleigh, Heats, irische und männliche Vögel treffen. Musik Gold Coast hat sich im Laufe von 50 Jahren aus einer losen Ansammlung kleinerer Orte zur zweitgrössten Stadt Queenlands entwickelt. Musik Sie ist Australiens sechstgrösste Stadt und Australiens grösste Touristengegend. Musik Letzter Blick von den Tambourine Mountains auf Gold Coast. Musik Bei McLean befindet sich der Sri Selva Vinayakar-Tempel. Durch die Migration von Tamilen wurde die Notwendigkeit eines eigenen Tempels laut. 1990 konnte jungfräuliches Buschland gekauft und 1993 mit dem Bau begonnen werden. Gottheiten, Schrein, Türen etc. wurden grösstenteils aus Südindien geliefert. Auch drei Bildhauer aus Südindien perfektionierten den Bau. Brisbane wurde 1824 unter dem Namen Moriton Bay als Strafkolonie gegründet und später zu Brisbane unbenannt. Musik Nach der Abspaltung von New South Wales im Jahr 1859 wurde Brisbane zur Hauptstadt der neuen Kolonie Queensland ernannt. Musik Die Stadt bekam jedoch erst 1902 offizielle Stadtrechte. Musik Die Felsen beim Kangaroo Point sind beliebt bei Kletterern. Als Old Government House wird der erste Amtssitz des Gouverneurs von Queensland bezeichnet und ist heute Teil der Universität. Musik 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 Die St.Jones Cathedral wurde nach 108 Jahren Bauzeit 2008 fertiggestellt. Es ist auch das einzige bestehende Gebäude mit einer Steingewölbedecke in der südlichen Hemisphäre. Der Bau des Freimaurer-Tempels begann 1928. Gleich gegenüber wurde schon 1869 die angrikanische Kirche All Sands fertiggestellt. Die alte Mühle wurde in den 1820er Jahren durch Sträflingsarbeit gebaut und ist das älteste überlebende Gebäude in Queensland. Es wurde benutzt als Mühle, Observatorium, Funkmast, Zeitsynchronisation und Museum. Am King George Square neben dem Pionierdenkmal steht die City Hall von 1928. Da es auf sumpfigem Boden gebaut war, begann es zu sinken. 2009 wurde es geschlossen und drei Jahre lang für 215 Millionen Dollar renoviert. Die Aussicht vom Urturm ist durch die neuen Hochhäuser etwas eingeschränkt. Mit der freien Führung überwinden wir den Höhenunterschied mit dem nostalgischen Lift. Mit der freien Führung überwinden wir den Höhenunterschied in der Höhenunterschiede in der Höhenunterschiede in der Höhenunterschiede in der Höhenunterschiede. Wer noch übriges Geld vom Reisen hat, kann es im Treasury Casino beim Spielen oder im Bars und Nachtclub vertun. Gleich gegenüber ist noch das gleichnamige Hotel. Die Kurilpa Bridge, eine Allwetterfussgängerbrücke wurde 2009 eröffnet. Ein über 1 Kilometer langer Bugonvillea Laubengang erstreckt sich durch den Southbank Park. Abkühlen kann man sich am Streets Beach mit 4000 Kilometer Sand, welcher jährlich mit 70 Tonnen erneuert wird. Die Nepal Friedenspadoge wurde für die World Expo 88 gebaut. Das Roma Street Parkland wurde erst 2001 eröffnet und bietet verschiedene Vegetationsgebiete mit vielen Wasserspielen. Untertitelung des ZCN Eine Bootsfahrt führt uns auf dem Brisbane River nochmals an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei. Nach fünf Jahren Bauzeit wurde die Story Bridge 1940 eingeweiht. Die sechs Fahrspuren mit 1072 Meter Länge sind der kürzeste Highway in Australien. Das Custom House wurde 1889 für die Zollbehörde gebaut, da der Hafen von Brisbane rasant wuchs. Nach 1988 wurde es überflüssig und an die Universität vermietet.